Yo, 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 Freunde! Da ist euer Frankenstein schon wieder. Und ich bin auf Totzen! Heute, Freunde, ihr seht es, ich habe nämlich nur drei Flammen. Bei einer Siegnesserie verdienst du zusätzliche Trophäen. Und meine Aufgabe ist es heute, so weit es geht, die Flammen zu pushen. Und ich werde jetzt die meisten Flammen bekommen, die ihr jemals hattet, Freunde. Also lasst jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, wie viel Flammen ihr zum Beispiel schon hattet. Und let's go! Boom, Junge! Ich gehe mit meinem Tank hier einfach... Boom! Alter, der macht so viel dick Damage. Yo, Freunde, okay, natürlich muss ich mich hier ein bisschen anstrengen, aber das will ich machen. Oben links seht ihr übrigens, wie gut oder wie schlecht wir gerade sind. Und okay, wir als Team müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Alter, die machen übelst gut Damage. Okay, Freunde, wir hauen mal hier eine Pumpe rein und boom, Junge! Und was? Boom! Okay, Freunde, Alter, es sieht gerade gar nicht mal so schlecht aus und... Attacke! Stun und... Let's go, Alter! Wir können das Spiel easy gewinnen! Okay, so easy war es tatsächlich doch nicht, weil... Ja, die haben hier echt gepusht eigentlich die ganze Zeit. Und wo ist eigentlich der dritte Gegner? Ich weiß es gar nicht, aber... Let's go! Stun und... Oh, nee. Oh mein Gott, Freunde, ich brauche allmähen Hilfe! Ich habe kein Leben, Leute! Oh nein, okay, okay. Alter, wir haben auf jeden Fall 80% knapp. Und es bedeutet noch nicht, dass wir hier gewonnen haben. Aber ich würde sagen... Boom! Let's go! Nein, 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 nein. Wir haben hier unsere spezielle Fähigkeit! Okay, wir haben hier gerade ein ganz anderes Problem, Leute. Gerade eben sieht es so aus, als wenn die jetzt noch gewinnen könnten. Was? Okay, Leute, wir müssen ganz schnell da rein. Oh mein Gott, beeilt euch! Oh mein Gott, Freunde, let's go! Ich werde mir den Sieg nicht genehmend lassen! Nein, 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 nein! Kommt, kommt, Leute! Nein! Okay, Freunde, hier beschützt er! Wir müssen jetzt nur noch... Oh mein Gott, wir brauchen noch ein paar Prozente von da drüben! Nein, 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 nein! Wir dürfen ihn nicht gemedet lassen! Nein, ich war gestunt, Freunde! Oh mein Gott, das ist gerade so ein knappes Game hier! Und wir haben es gewonnen! Ich sag es doch! Spaß gehabt? Nee! Und moin! Wir haben Bull bekommen! Einen neuen Brawler! Brawler? Äh, Brawler! Und selbstverständlich haben wir einen neuen Spielmodus, den Basket Brawl. Okay, Freunde, wir müssen jetzt anscheinend das gleiche wie beim Fußball einfach einen Basketball werfen. Okay, wir testen diesen Modus aus und boom, Junge! Okay, nice, direkt gut Damage gemacht. Wir hauen hier nochmal drauf und... Ja, die haben ihren Ball verloren, auf jeden Fall. Okay, ich hab den Ball, Leute. Ah, ich kann ihn so werfen, okay. Gut zu wissen... Ey, ich schleiche mich an. Oh mein Gott, Freunde, ich schleiche mich an, ich schleiche mich an und... Werfen und... Bitte? Äh, was? Junge, wie bitte? Das war doch nichts... Oh nein, oh nein, er rennt, er rennt. Er wird ihn treffen, er wird ihn treffen. Wird er ihn treffen und... Nein! 1 zu 0 oder 2 zu 0 für die! Okay, Freunde, nun werde ich mich natürlich auch anschleichen. So, ich schmeiß den jetzt erstmal hier hin, damit ich auf jeden Fall hier mal ein bisschen Damage mache. So, okay. Ja, wie gefällt dir das? Boom, Junge! Okay, und... Jau, damit ist er erledigt. Und wir machen jetzt noch ihn hier gleich fertig. Und... Okay, warte mal. Jau, 2 zu 2! Und ich habe natürlich meine Special-Fähigkeit! Boom, Junge! Beide sind gestunt. Und... Oh nein. Nein, 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 nein. Freunde, ich habe kaum noch Leben, ich habe kaum noch Leben, ihr seht's, aber... Komm, wir schaffen es. Er wird keine Punkte machen. Nein, 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 nein! Stark! Okay, Freunde, jetzt ist time to shine. Let's go, wir müssen beweisen, dass wir ein guter Brawler sind und werfen und... Äh... Junge, wie bitte? Der hat nicht getroffen! Okay, warte mal. Wir treffen ihn dadurch und nochmal. Okay, das war jetzt kein Problem und es steht immer noch 2-2, Leute. Wir müssen uns... Wir brauchen noch auf jeden Fall Punkte. Okay, Special-Fähigkeit ist aktiviert. Wo ist der Ball? Okay, da unten. Boom, Junge! Alter, die Special-Fähigkeit macht so Bock, ehrlich gesagt. Die macht auch so viel Damage einfach. Okay, ja, teilweise die anderen trauen sich hier auch nicht gegen mich und... Eww! Adrian hat auf jeden Fall wieder einen Punkt geworfen. Let's go, Adrian! Gut! Und okay, der Ball will sich hier unten durchschleichen. Niemals und... Special! Oh mein Gott! Let's go, Freunde! Special! Ja, egal. Ey, Leute, ich glaube, wir haben jetzt... Oh mein Gott, wir haben das Feld aufgeräumt. Sie können werfen und... Kannst du vielleicht den Punkt machen und... Na toll. Aber egal, Freunde, wir holen uns den nächsten Punkt. Jo, wir sind die Gewinner! Meister Heilung? Und Freunde, ich werde natürlich von unserem letzten Mal noch den Brawler spielen. Und mit dem spiele ich natürlich auch einfach mal Basketball. Leute, denkt dran, wir haben jetzt schon ordentlich gut Punkte. Und boom! Okay, Alter, stimmt. Der hat diese Karten geworfen. Okay. Ja, ja, ja. Das müssen wir uns merken. So, der wirft diese Karten und... Nee, 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 nee. Ich lass dir... Äh, nein. Juge, was? Nein, nein! Oh mein Gott, okay. Er geht nicht rein. Ey, fast hätten die ordentlich viele Punkte gemacht, aber das dürfen wir nicht zulassen. So, und... Ja, okay. Aber ich muss sagen, die Special-Fähigkeit ist irgendwie nicht so gut und... Oh. Ja, ich hatte sie ja gerade erst jetzt aktiviert. Ich dachte schon, ich hätte sie davor aktiviert. Nein! Nein! Er steht 2 zu 0 für die... Für die Roten. Und okay, wir müssen auf jeden Fall sie einsaugen und... Nein, 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 nein. Komm. Ja, okay. Ey, wir haben alle besiegt. Let's go, Freunde. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm. Und ich werfe ihn einfach schon mal weg, damit ich auf jeden Fall... Damit ich auf jeden Fall Platz habe und... Nein. Nein. Wo sind meine ganzen Kameraden? Nein! Junge, was? Okay, ist zum Glück nicht reingegangen, Leute. Wir haben nochmal Glück gehabt. Okay, Freunde, wir müssen unsere Special-Fähigkeit machen. Mensch. Ey, Leute, wo seid ihr denn alle? Oh nein, das sieht ja manchmal gar nicht für uns gut aus. Okay, und... Komm, wir brauchen noch ein paar... Punkte, bitte, bitte, bitte. Oh, ja, okay, den haben wir. Und wir machen jetzt einfach... Boom, eingesaugt. Let's go. Können wir damit genug Punkte machen? Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, bitte, bitte. Ja! Wir haben wieder zwei Punkte erzielt. Okay, warte mal, Freunde, jetzt. Jetzt müssen wir dick Punkte machen und... Nice. Nice. Oh mein Gott. Yo, das war gut. Oh, oh. Freunde. Let's go, wir müssen auf jeden Fall schießen. Nein. Okay, er hat nicht getroffen. Nein. Nein. Er geht... Er geht rein. Hallo? Hallo? Ja, wow, Freunde. Ich wurde besiegt. Oh mein Gott, das Spiel geht nur noch 14 Sekunden. Ich weiß nicht, was danach passiert. Okay. Ich werde noch ein paar Punkte machen. So. Okay. Let's go. Und... Spielscharffähigkeit! Zusammensaugen! Achtung! Und... Oh mein Gott. Es geht einfach in die Verlängerung. Okay. Wir können die Verlängerung gewinnen. Wir können die Verlängerung gewinnen. Okay. Und? Einsaugen! Let's go! Oh mein Gott. Nice, nice, nice. Let's go. Ihr müsst jetzt... Du musst jetzt nur den... Den Ball werfen. Und er trifft ihn nicht. Na toll. Okay. Ich mach wieder das gleiche und... Nee. Diesmal hab ich ihn nicht getroffen. Und wir haben freie Bahn. Kommt jetzt! Macht schon! Und immer noch nicht. Was? Junge, was ist denn mit meinem Team los? Und schaffen wir es vielleicht in den letzten Sekunden? Aber es... Es sieht schlecht aus, Leute. Ich glaube, es ist vorbei. Unentschieden! Was passiert jetzt eigentlich? Ich hoffe jetzt, meine Siegesserie ist nicht weg. Sonst wäre das echt unfair. Okay. Wir spielen doch mal einmal Solo-Showdown. Und denkt dran, Freunde. Meine Siegesserie ist einfach bei 5. Ich wette, mit euch fast niemand war bis jetzt mal besser als ich. Aber ihr könnt es auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ich auf jeden Fall mal Brawl-Punkte verlosen soll, also Gems, dann schreibt das natürlich auch unbedingt in die Kommentare. Weil dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und okay, warte mal. Wirst du mich angreifen? Nee, er will mich nicht angreifen. Ich dachte schon. Ich dachte schon, er will uns angreifen. Vielleicht er uns? Nee. Okay, okay. Ey, Jungs, Mädels. Macht euch lieber weg hier. Macht euch aus dem Weg hier. Mit mir ist nicht zu spaßen, ne? Jo, ich sag's doch. Mit mir ist nicht zu spaßen. Oh nein. Nein! Das kann doch nicht sein. Mann, Spaß gehabt natürlich nicht, Mann. Okay, alles ist nun weg. Aber ich werde mit Frank auf jeden Fall wieder alles aufholen. Und dafür spielen wir natürlich den Modus Knockout. Und hier werden wir uns 100%ig schaffen, natürlich unsere Punkte wiederzuholen. Und, oh, okay. Boom. Let's go. Jo, okay. Es lebt nur noch einer, Freunde. Denn hier hat man nur ein Leben. Man wird nicht respawnen. Und wo ist der Letzte? Wo versteckst du dich? Du kannst ihn nicht abhauen. Let's go. Oh. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Aber er hat halt keine Leben mehr, Leute. Wir müssen ihn nur einmal hütteln. Und... Hä? Warte mal. Junge. Wo ist eigentlich mein Teammate? Warum greift er dich wieder an? Hallo? Junge. Ey, er hat wieder volles Leben. Ich habe keine Ahnung, was er da macht, ne? Was macht er hier? Wir sind zwei gegen ein. Und er... Keine Ahnung, was er macht. Er schläft gefühlt. Junge, wir brauchen nur dick Damage machen. Junge. Er hilft mir nicht. Was macht... Ey, Leute. Ne, ne. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir verlieren durch den. Na, was? Okay, warte mal. Wir warten. Wir warten und... Okay. Attacke. Let's go. Boom. Okay. Wir brauchen jetzt nur einen dicken Schlag. Einen dicken Schlag. Oh, ne. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Aber ich werde dieses Problem lösen. Indem... Indem wir... Naja. Okay. Wir haben verloren. Danke nochmal dafür, dass du uns... Ja, dass du auf jeden Fall so gut geholfen hast, ne. Okay. Ich kann nur noch meine Special machen und... Wow. Leute. Was war das denn? Okay. Ich habe jetzt einfach mal zwei von den VT Gang eingeladen. Mal gucken, ob die gut sind. Und ich hoffe es einfach, Leute. Ich hoffe es einfach, dass wir so cool, wenn die übelst krass wären, ne. Okay. Wir haben alles unter Kontrolle, Freunde. Jo. Wir haben einen Brawler und was... Junge. Wir haben einfach irgendwelche Spinnen angegriffen. Und es lebt nur noch einer. Das bedeutet, den letzten müssten wir... Ja, den müssten wir auch easy kriegen, oder? Let's go. Boom. Nee. Nee. Warte noch nicht. Okay. Und... Oh, nee. Freunde. Es liegt jetzt alleine an mir. Und... Nee, ne. Junge. Was? Was ist das denn für einer? Junge. Hä? Junge. Okay. Und? Nee. Okay. Wir sind auf jeden Fall hier schon mal drin, ne. Aber... Nee. Hier passiert nichts. Ich habe meine Special-Attacke. Und die anderen zwei, die trauen sich einfach nicht so richtig vor, ne. Ja. Boom. Oh. Oh, nee. Ich habe wieder einfach nichts getroffen. Okay. Wir haben einen auf jeden Fall erledigt. Komm, stampfen und... Nein. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben, Freunde. Nein. Okay, Freunde. Irgendwie. Ich bin auch mit der Vidi-Gang gerade nicht so gut. Aber heute ist auf jeden Fall mein bestes bis jetzt fünf coole Siegesserien. Ich habe nochmal Juwelen aufgeladen. Und wenn ihr auch immer was haben wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mal euren Brawl Stars Namen in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schalten mal diesen legendären Brawler frei, damit wir besser werden. Okay, ob wir jetzt dadurch besser werden, ich bezweifle es. Aber wir testen ihn einfach mal. Ich habe ihn noch nie gespielt. Und Leute, ich will mal echt wissen, was für eine lange Siegesserie hattet ihr. Und, oh mein Gott. Okay, nice. Okay, ich lasse so gedrückt. Und dann speist er so Feuer die ganze Zeit. Okay, das ist eine coole Fähigkeit. So. Und, joo. Halt's ab, Junge. Einfach so ein Flammenwerfer die ganze Zeit, der ordentlich viel Damage macht. Okay. Leute, wir müssen es aber immer ein bisschen aufladen lassen. Ihr seht das hier. Und, Alter, ich glaube, die haben mir auch gedacht, ey, Junge, jetzt wird es so ein einfaches Spiel. Dabei kommt hier einfach so eine Flammenwerfer-Spielerin. Junge. Okay. Aber ich habe dafür nicht viel Leben, muss ich sagen. Und, jo, okay, ich habe übelst viel Damage abgezogen. Okay, Freunde, wir gehen mal in den Angriff. Wir müssen mal gucken, was wir so schaffen. Ja, okay, Freunde, ihr seht's. Wir haben jetzt echt nicht so viel Leben. Aber, Freunde, wir schaffen das. Wir schaffen da so ein Flammenwerfer, Junge. Alter. Oh, mein Gott. Jo, eine Flasche. Ich weiß nicht, was die Flasche macht, aber... Junge, okay, er brennt. Wie nice. Und... Ja, moin. Er hat's nicht überlebt. Und... Okay, das wird doch ein Kinderspiel für mich. Komm her. Flammenwerfer-Power. Oha, der macht gut Damage. Warte mal. Oh. Flammenwerfer und... Okay. Das war's. Jo. Erster Sieg mit dem neuen Skin. Also mit dem neuen Brawler. Okay. So wird Basketball doch sicherlich ein Klackspiel. Und das testen wir einfach mal aus. Ich werde jetzt das so easy gewinnen, weil ich einfach nur Feuer rein späbe, Junge. Oh, mein Gott. Okay. Und die Flasche. Let's go. Okay. Alter, hier brennt alles. Alles voll mit Säure. Und ihr seht, ich hab so viel Damage gemacht. Und das mach ich nochmal. Ja. Als ob, alter Junge. Und der brennt. Oh, mein Gott. Die Arme. Die haben überhaupt keine Chance gegen den. Okay. Ich muss halt echt immer ein bisschen aufpassen wegen meinem Leben. Ich hab echt nicht so viel. Aber Feuer-Power. Junge. Es brennt. Kann ich mal... Alter, Junge. Ich glaube, ich so viel Flammenwerfer hab ich noch nie gesehen. Auf einer Stelle. Und... Okay. Hab's überlebt. Keine Sorge, Leute. So, ich hab meine Flasche noch. Die werf ich einfach genau in die Base rein. Jetzt brennen die. Oh, mein Gott. Der Arme. Der Arme. Okay. Meint ihr, ich schaff's vielleicht einen Punkt zu werfen? Oh, mein Gott. Anschleichen. Anschleichen. Ich meine, ich bin dann eher nicht so... Oh, mein Gott. Let's go. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Geh rein. Ach, Maddo. Ey. Schade. Ich will nicht wissen, wie viel Damage ich hier alleine in dem Game machen werde. Ich glaube, das ist übelst viel. Okay, Freunde. Let's go. Feuer, Leute. Ey, Junge. Ich bin echt schlecht im Basketball. Also, was den Basketballkorb-Treffen angeht, ne? Und? Die hätten fast einen Punkt gemacht. Aber, Alter, auch nur fast, ne? Oh, mein Gott. Warte mal. Ich werf den dahinter. Oh, mein Gott, Freunde. Wir haben ein Problem. Hallo. Ich bräuchte mal meine Teammitglieder. Okay, ich hab zwei fertig gemacht. Jetzt macht was draus. Oh, nein. Oh, nein. Freunde. Sie haben... Sie haben freie Bahn. Sie haben freie Bahn. Okay. Direkt, direkt mit dem Flauwerfer drauf. Oh, mein Gott. Okay, das hat funktioniert. Das hat gerade noch so funktioniert. Nein. Nein, nein, nein. Er darf mich werfen. Oh, mein Gott. Okay. Das war echt knapp. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ich werf... Wieder? Meine Flasche. Meine Feuerflasche. Aber... Komm. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Junge, das ist ein echtes Hin und Her. Und... Oh, nein. Sie haben gewonnen. Was hat er denn eigentlich mit dem Team gemacht? Junge, ich hab einfach 56.000 Schaden gemacht. Okay. Spiel wir mal einen Brawl-Ball. Und let's go. Junge, die wissen eigentlich noch gar nicht, was denen blüht, ne? Was ich für ein Skin bin. Und... Oh, Feuer in die Menge. Flamwerfer-Power. Alter, die Arme, ne? So, okay. Das macht so krass Damage. Und... Jo, er brennt auch. Er hat auf jeden Fall... Ja, kriegt ordentlich Damage. Er... Er ist auch erledigt. So, jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich mein Team? Wo ist mein Team, wenn ich's brauch? Junge, ich bin halt auch nur so ein bisschen Damage-Dealer, ne? Also, alleine kann ich jetzt auch nicht alles machen, Leute. Wo rennen sie? Wo rennen sie? Oh, da sind sie. Alle, Mann! Okay, einer haben wir direkt wieder. Nein, nein, nein. Er darf kein Tor schießen. Er darf kein Tor schießen, Freunde. Er darf es nicht. Okay. Er hat's nicht. Junge, warte mal. Ich muss nur vor die Base meine Flamme werfen. Und okay, ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Freunde. Möglichkeit und Flamme werfen erstmal. Okay, wenn er den Punkt macht, ne vorne. Hallo? Tor für uns, Freunde! Junge, okay. Ey, es läuft gerade ganz okay. Oh nein. Ich wurde direkt wieder getroffen. Mist. Okay, der Flamme werfen ist cool, aber hat echt ein bisschen wenig Leben, muss ich sagen. Vielleicht habt ihr für mich nochmal einen besseren Brawler. Schreibt ihn gerne mal in die Kommentare. Ich hab nämlich übelst viele Kommentare von euch gesehen. Und da werfe ich meine Flasche rein. Ah, jetzt verstehe ich das, Freunde. Ich muss das auch immer anbrennen mit meinem Flammenwerfer. Junge, Alter, wer soll das denn wissen, Mann? Okay, ich brenne es an und... Ah, jetzt brennt das weg. Wie cool ist das denn? Junge, das wusste ich gar nicht. Wie cool. Aber wir haben gewonnen. Let's go. Einfach und easy. Hätten wir die ganze Zeit so eine Pros wie mich im Team, dann hätten wir schon längst gewonnen. Und Freunde, mir fehlen nicht mehr viel Trophäen für den Club. Übrigens hab ich ganz, ganz viele Kommentare gesehen. Denn ihr wollt alle in meinen Club rein. Und ich würde auch sagen, wer mir den besten Clubnamen gibt, der bekommt auf jeden Fall 500 Bobugs von mir. Also schreibt euren Roblox-Namen rein. Und warte mal, nein, ich will nicht in Party. Okay, aber kommen wir für heute in die letzte Runde, würde ich sagen. Und Leute, ich werde es mit JPP6 auf jeden Fall rocken, das Game. So, wir müssen jetzt, ich glaube, das Beste ist wirklich immer auf diese Kisten zu gehen am Anfang. So, easy. So, sammeln das bitte ein. Danke. Und nächste. Oh mein Gott, man kann auch direkt bei mir zwei jetzt immer nehmen. So, und. Oh, drei Punkte, vier Punkte schon. Oh mein Gott, okay, nice. Alter, warte mal, da unten ist ein Gegner. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das merken sollten oder direkt angreifen sollten. Ich weiß nicht, was besser ist. Auf jeden Fall braucht dieser Charakter übelst viel Leben. Sonst ist er, sonst ist er echt schwach, muss ich sagen. Okay, warte mal, komm, JPP6. Junge, ich greife da an, ne? Ich greife da einfach an. Und Feuerwehr, Dracula, Junge. Oh mein Gott, die haben einfach auch sechs Punkte. Ich greife einfach an. Junge, ey, nein, sag doch nicht, was macht er? Er ist auf K. Junge, was ist das denn? Junge, wie kann man denn mitten im Feind auf K gehen? Okay, ich muss noch eine Runde spielen. Das hat mich erinnert, ich gerade ein bisschen geärgert. Und jetzt habe ich sogar einen Heiler, den Tim, am Start. Das heißt, ich habe, ja, eventuell viel Leben. Okay, so, wir bringen die erste Truhe an und die zweite am Start. So, sammel die ein. So, 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 let's go, Tim. Du musst das alles einsammeln. Wir brauchen die ganzen Punkte. Und, okay, wir haben schon mal drei. Oh, nee, 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 nee. Hier wurden keine Kisten geklaut, Leute. Oh mein Gott. Nee, nee. Nee, nee. So. Okay, nice. Er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Ich habe nämlich Feuer, Junge. Okay, er will sich dickens holen. Ah, dann mein Maid spawnt wieder. Wie cool. Alter, ich mache so krass Damage und vor allem so schnell. Junge, die haben echt ein bisschen Angst vor mir. Und Feuer. Oh ja. Au, au, au. Okay, warte mal. Wir machen jetzt hier unsere Schleifspur und brennen sie an. Und hat er Damage bekommen? Nee, er brennt nicht. Oh mein Gott, Freunde. Ich muss ein bisschen auf mein Leben achten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich habe übelst wenig Leben. Ich habe übelst wenig Leben. Ich habe auf mein Leben nicht geachtet, Freunde. Ich habe mal auf mein Leben nicht geachtet. Okay, warte mal. Er ist alleine. Den mache ich easy. Fertig. Und er hat mich geheilt. Okay, Alter, es leben einfach noch drei Teams. Es ist gerade richtig spannend hier, muss ich sagen. So, wir machen unsere Special-Fähigkeit und brennen direkt an. Nein. Okay, Tim. Du musst es rocken. Du musst es. Er rockt es nicht. Na toll. Manu. Tim, wofür brauche ich dich? Okay, Freunde. Ich wollte sagen, das war es für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kannst du es abonnieren. Edit mich gerne als Freund. Keine Ahnung was. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin. Tschüss.